Musik Diese Woche ist der Ex-FEL am DESI in aller Munde. Wir haben in Hamburg und in Schleswig-Holstein jetzt so etwas wie ein Riesenmikroskop. Das wird in den nächsten fünf Jahren hier gebaut werden und es wird uns dadurch gelingen, wirklich in die Materie, in die atomaren und molekularen Strukturen hineinzugucken, sozusagen zu verstehen, was das Innerste der Materie zusammenhält. Man muss sich das so vorstellen, dass winzige Röntgenblitze auf Atome und Moleküle mithilfe dieses riesengroßen Lasers gesendet werden können und mithilfe dieser Röntgenblitze wir verstehen, wie die Struktur dort gestaltet ist. Und das Besondere ist, wir werden in der Lage sein, Atome und Moleküle in Bewegung zu erleben. Das heißt, man kann einen Film drehen, wie ein Molekül, wie ein Atom sich miteinander vereinen oder sich wieder trennen, wie chemische Reaktionen ablaufen. Und dadurch werden wir hier in Norddeutschland in der Lage sein, nicht nur die neuen Materialien erproben und verstehen zu können, sondern auch gerade im Bereich der Medizin oder der pharmazeutischen Forschung neue Wirkstoffe oder eben auch Biologie und biologische Materialien besser verstehen zu können. Hamburg und Schleswig-Holstein werden mit diesem sagenhaften neuen Gerät wirklich auf der vordersten Welle der Forschung in der Welt mitschwimmen können. Wir werden zu einem Zentrum werden, wo 3000 Forscherinnen und Forscher aus aller Welt jedes Jahr herkommen, um hier in Hamburg Spitzenforschung betreiben zu können. Das Ganze gibt es natürlich nicht umsonst. Ein solcher Laser ist eines der größten Projekte innerhalb der Forschung in der europäischen Gemeinschaft. Und die europäischen Länder, es sind ungefähr zehn an der Zahl, und Deutschland werden knapp eine Milliarde Euro aufbringen, um dieses Projekt hier in Hamburg und Schleswig-Holstein zu verwirklichen. Auch Hamburg und Schleswig-Holstein leistet einen Beitrag und die beiden Länder werden 100 Millionen Euro in den nächsten Jahren für dieses Gerät bereitstellen. Damit sind wir aber wirklich an der Spitze der Forschung. Das ist Superlative dessen, was heute möglich ist und was auch in den nächsten Jahrzehnten möglich sein wird. Wenn Sie Interesse haben und das noch rechtzeitig hören, am 9. Juni bei der Nacht des Wissens können Sie auch sich dieses Gerät und viel mehr am DSI angucken. Also gucken Sie, was in Hamburg an Forschung geschieht. Es ist spannend, es passiert unheimlich was. Und diese Woche war wirklich eine ganz besondere Dank des Startschusses für unseren Ex-FEL hier in Hamburg, unseren Röntgenlaser im Norden Europas.